und zurück zu resident 7 biohazard so ich würde sagen weiter geht's direkt rein in die scheune hier leider nur noch einen einzigen schuss scheiße ok ich höre schon wieder irgendwas naja wir halten denn die aus ok noch einer ich habe doch endlich mal du elendiges vieh die mit ihr nicht nur die ist komplett leer super ich höre irgendwas höre ich hier noch kräuchen und fleuchen kraut alles klar können wir noch klima kombinieren und wir haben schon wieder zwei hellmittel sehr gut ich glaube das ist in dem scheiß strohballen sage ich doch die scheiß liebe weg eine munition bisschen aufspann dieser wahnsinn dass die munition verbraucht ganz rar gesät auf jeden fall schießpulver ok 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 tschuldigung im stuhl an tisch gekommen auf jeden fall ein sehr großes areal hier aber gehen dass wir hier in den raum rennen ein speicherpunkt ein speicher ein speicher brennstoff ok die tun wir auf jeden fall wieder rein können wir schießpulver die können wir leider nicht und die ist mal weg jetzt haben wir neuen münzen jetzt können wir uns eigentlich die magnum holen aber dafür müssen wir ganz schön weit raus gehen hier haben wir eigentlich noch genug deswegen würde ich mal sagen schießpulver brennstoff woher die schießen wir ich glaube nicht stark geflüssige chemikalie die haben wir leider nicht scheiße ja hilft nicht den tun wir auch mal weg die munition nicht mehr kommen wir trotzdem mit finden und speichern ist hier noch irgendwas in dem raum ne ok dann speichern wir das mal das ist doch wieder eine springfall oder Flüssige Chemikalie Das ist hecht, wir holen uns mal das Schießpulver und machen wir uns Munition. Heilmittel haben wir ja zwei Ah, wo ist ein Schießpulver jetzt? Da, m'kay Wenn ich die so nachladen was Okay Sehr gut, dann kann ich mit der hier ein bisschen weiter gehen So viel Power hat die zwar nicht, aber ein bisschen zum abhalten oder so Geht's eigentlich Okay Da geh ich jetzt nicht runter Ich lass mir hier weiter gucken Was ist denn das da? Auf jeden Fall komische Fallen oder sowas Aber weiß man immer nicht, soll man das aufmachen oder nicht? Wenn die Dinger jetzt da wieder was drin ist, dann geh ich wieder Energie weg Ah, sehr gut Das kombinieren wir doch gleich mal Okay, dann haben wir schon mal 10 starke Schuss auf jeden Fall Sehr gut So gefällt es dem Papa, wa? So, wir müssen da rein noch Okay, das scheint eine Falle zu sein Gehen wir hier runter mal Boah Boah Boah, ich trau mir da gar nicht reingehen Kann man das irgendwie erkennen, ob das Kisten sind die Boah Boah Okay, Pistole Munition Wir finden auf jeden Fall Munition und das ist ganz schön viel gerade Gibt irgendwie ein komisches Gefühl, dass hier gleich wieder dann den Bosskampf losgeht Den tun wir auch mal komplett auffüllen Ich bin mir sowieso mal angewöhnt, dass ich immer meine Waffen komplett auffülle Das wenn ich mal schnell wechseln muss, dass ich da einfach Ja, da nicht lange rumladen muss oder sowas Okay, hier kommen wir auf jeden Fall durch, oder? So, okay Die Batterie, die müssen wir bestimmt da unten einsetzen Machen wir jetzt aber noch nicht, weil ich jetzt erstmal die Munition suche Hier sind Kröterchen Sehr gut Ah, das war wieder mal komplett klar jetzt Scheiße Okay, wir sind aber noch voll Das schaut noch gar nicht so schlecht aus Okay 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 Ich komme jetzt in ihm heraus, ich muss die Batterie wieder einsetzen Okay Setz mal so ein Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt, warte mal, ich will schon mal schauen Das Kann ich hier kombinieren, oder? Ne Okay Ein Schießpulver mit Pistolen mit Es gibt verbesserte Pistolen-Munition Ah, da krieg ich bloß 5 raus, dann machen wir das nochmal Okay Oh, da war die Rieder rein Okay Ach du heilige Scheiße Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen Ja Boah Boah Komme ich nicht weg, oder was? Nö Wie du im Leben mit Friedrigkeiten aufgehst Mach dich erst so anießen Oh, der drückt die auch noch. Sie ist ein bisschen angeschlagen aus, Ethan. Ich muss sagen, dass ich beinrufe. Boah, fuck. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, fuck. Alter! Okay. Nochmal. So. Jetzt war ich hier. Okay. 2 Schuss. 8 Schuss. Na. Ich brauch noch Schießpulver. Genau. Okay. 2 Schuss. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 11. das ist die chemikale einmal ich könnte mir schon noch einen heiltrank machen dann gell das muss aber reichen mann mit dem brennstoff da habe ich eh viel dabei das machen wir nicht ok ok ist voll ok dann würde ich sagen ich speichere jetzt aber kurz noch mal ab bevor ich da runter gehe weil dann brauche ich nicht nachher immer eine ganze scheiße einsammeln falls ich wieder sterben sollte dann haben wir das gleich hinter uns dauert ja nicht lang ach mach ich denn mal speichern so ok ok dann geh mal runter und wir werden den hoffentlich den Fettsack da wegballern ok das ging auf und die machen wir nicht auf sonst kriegen wir schaden ok ok wir sind voll munition müsste eigentlich genug da sein für das fette viel das keine da fünf magazin drauf knallen muss so und rein die batterie so ne ja 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 Meine Damen und Herren, Jungen und Mädchen, Willkommen beim Scheune-Karren! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben die Gegend! Du mich auch! Wie du im Leben mit Widerigkeit gehst, mach dich erst zum Mann, Ethan! Ich denke, dass sie nicht. Ich denke, dass sie nicht die Gegend sind. Boom! Wie denn die Gäste? Fettzack ist tot! Fettzack ist tot! Der Waffen ist noch nie mein Favorit! Okay. Schau nicht, dass ich irgendwelche Sprengfallen wieder sind. Aber ich würde jetzt sagen, Leute... Ach komm, schau mal noch schnell in die Tür rein. Okay, das könnte der Code sein. Du bist als nächster dran. Okay. Hier scheint jetzt keine Sprengfalle zu sein. Oder das seht ihr einfach nicht. So Leute, damit ist es jetzt auch wieder... Mach ich jetzt wieder einen Cut. Und wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Oder auch über ein Like. Und ansonsten... Ciao. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.